Musik 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 Ach, da waren doch noch mehr Musik 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 sagte genau da oben ist einer jetzt runter gesprungen die wollen bestimmt zum wagen zwei zombies hier um die ecke schau mal auf den turm schreiber da oben sind die Säder und Fenster mhm ich bin doch drauf hier, da welche echt gut hab einen oben in Turm mhm der andere rinnt, glaub ich, da hoch links von links aufpassen oben oben ist noch einer wer hat denn jetzt jemanden getötet? ich hast du zwei getötet? einen ne, ok, dann war das doch von da drüben ok immer noch da oben Ende ist runter wieso leist du nicht mal nach? ach scheiße warum ist denn da eine Bounty? dann wissen die jetzt ja, dass ich da bin was hat nochmal Stress da hinten mhm am Baum den Ohr das ist nicht schlecht mhm den Ohr das ist nicht schlecht mhm, das ging gar nicht jetzt ist er tot im Solo glaub ich halt immer im Auge ähm, das ist doch nicht bestär, oder? mhm sehr schön sehr schön auf dem im Auge halten, den du dir erledigt hast im Moment noch ja ja ich geh mal in die Richtung wo hast du den ungefähr erledigt? an dem Baum irgendwo im Rahmen bei mir ist der ruhig geworden, die sind doch nicht alle weg, oder? glaub ich nicht ich glaub den erledigt hast du sofort, glaub ich, ein Solo mhm sicher ich geh mal hin ich glaub es in der Kapelle hat auch nur einer aufgenommen wo ist denn der Blitz? ach da genau deutlich weiter hinten ähm, gib mir mal Deckung ich pushe mal hoch und dann zünde ich ihn an mhm ähm jetzt sind wir 45 dafür muss der aufsterben ähm will er noch looten, bevor ich ihn anzünde? nö nö ich mein es 3 ich mein es waren 3 weil 2 waren oben drin und eine hatte von unten geschossen ganz am Anfang muss der irgendwo da drüben sein muss der irgendwo da drüben sein also zumindest der eine mit der bounty ich bin wahrscheinlich so für den Kameraden ich bin wahrscheinlich so für den Kameraden ja du brauchst die bounty? ja ich sammle die jetzt schnell einfach ein mhm weg meiner genau äh ist orange irgendwo in direktion hier ist einer hier ist einer der ist gerade gerüst ich sehe noch nix ja sehr schön gut wir waren also zu dritt wo hab ich ihn jetzt hingelegt? hä? was? nö noch keinen Plan mehr wo das war wo du blitzst den hab ich ja schon eingesammelt achso deswegen hatte ich ja gesehen dass es auf jeden Fall noch einer ist naja warst du mit Bisch oder warst du mehr außerhalb? mhm könnte ins Gebüsch gefallen sein ich wollte nämlich grad da drin verschwinden als ich ihn erschossen hab hier da löse ich dich egal bitte? mach dir unbedingt erstmal raus das ist ja schade das ist ja schade das ist ja dass man das ist ja da er schade die sind es klar äh 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 warum kam der denn fast sich auf mich zugerannt oh was geht ich bin sterblich nee zum glück habe ich mich entschieden den Platz freizulassen stellen sie nochmal einen Wagen Quatsch das ist ja eh ein neuer Hunter mhm ach Gott ne mach nicht mal ich muss dir so trauen ahja äh äh sehr öfters verbunden schauen wir mal ah das ist ja wieder einer äh bei einem brauche ich noch jetzt kommen wir hier vier Schuss legen das ist ja mit 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 äh 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 Oh, schön vorbeischossen, dreimal. Oh, ja, 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 ja. ¿Ya está un mal chico? Geizig geworden sind sie Habe ich den Sie noch eine Ahnung Oh Gott Oh Ein eisernes Auge hab ich schon Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?